Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge Rainbow Six Siege, da können wir, da können wir damit. So, und ich wollte was sagen. Ja, ähm, achso, ich wollte noch eine Sache sagen, ich schreibe ja in den Kommentaren öfter, bitte nehmen wir eine andere Klasse. Ja, ey, alter. Das wäre unlogisch, weil wir uns ja mit den Klassen, äh, identifizieren quasi. Ja, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, weil wir ja eine gewisse Spielerfahrung damit schon haben und uns damit sicher fühlen. Ja, das ist echt so. Ja, deswegen nicht immer fordern, einfach nur nach, zurücklehnen und... Ja, aber das Geile ist dann, wenn du dann wirklich eine andere Klasse nimmst, du spielst dann scheiße, dann meckern die auch, weißt du? Ja, kannst du es nicht recht machen. Ey, Leute. Das Beste ist am besten, wenn jemand andere Klassen sehen will, kauft euch das Spiel selbst. Ja, ist echt so. Aber trotzdem, bitte Let's Plays weitergucken. Ja, wer will, wer will unsere spannenden Matches denn verpaschen? Hä? Wir kommen gerade aus dem Pascha, ey. Ich verpaschen, Alter. Ja, Le Pen ist bei Pascha mal Etage 7, ne? Gucken wir mal, let's... Richtige Färbeschäden. Ja, ja. Äh, wieso Baby? Der Ben ist immer bei den Ladyboys, sag mal. Ist immer da oben in der Etage. Hä? Wer war denn da wieder am Schlabbern? Okay, Leute, wir haben die... Beim letzten Mal haben wir hier richtig verkackt, aber wir können beweisen... Wir können heute zeigen... Ja, letzte Folge könnt ihr euch mal unter diesem Video in der Playlist angucken, ladies and gentlemen. Da haben wir nämlich einen fulminanten Sieg... Errungen. Oh, ey. Errungen. Hier, ich hab sie. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Boah, Matt ist geil. Matt mit Zwiebeln, ey. Mit Zwiebeln, ja. Matt mit Zoll, Alter, boah. Hey, Leute. Matt mit Zollbrötchen. Oder Matt mal zahle. Okay, hier Vorsicht, hier ist direkt einer. Hier ist direkt einer. Leute, hier ist aber... Oh, I met your mother, ey. Mann, lach doch mal. Pst, ey. Hier kamen grad Schüsse raus. Ja, ist doch egal. Komm mal reingehen da. Pst, ey. Pst, ey. Hey, hey. Warum geh ich denn jetzt mit Ben? Das wird mein Tod sein. Pst, 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 pst. Hä? Wer schießt denn da? Bist du eigentlich völlig bekloppt im Kopf jetzt oder? Kennst du dich von Freitag der 13. Alter? Ich geh'n halt nur davon, wenn du neben mir sitzt. Dann machst du auch immer solche Sounds. Sch, 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 sch. Alter, hier sitzt ein... Ich hab's doch gesagt, Mann, ihr kleinen Pissnelken. Der sitzt in der Küche. Der sitzt in der Küche. Der sitzt in der Küche. Patrick, der sitzt... Da vorne, wo Dennis gestorben ist. Das ist so ne Kacke, ey. Okay, Leute, hey, hey. Hat er aber gut gemacht. Geh rein, ich geh' rein, Alter. Gute Nacht, Ben. Was ist denn die Küche? Die Bar oder was? Da unten, oder? Nee, ne Küche. Geh' rein, Ben. Ach, ganz unten im Keller, meinst du? Danke, Ben. Boah, sehr schön, Ben. War der das? Ja. Wir gehen runter, Patrick. Ja, ich bin hinter dir. I'm proud of you, Ben. Ich bin hinter dir. Dankeschön, mein Dennis. Ja, wo ich mit Bronz in Berlin war, war schon ein schöner Tag, der Bronz. Oh, oh, oh. Wer hat auch nicht geschossen, Tobi? Nee, alles gut, alles gut. Wir zwei da. Ich lade mein Magazin. Ja, fünf Stunden in Berlin da lang. Hier links Flieger geraten. Jungen, der war so scheiße, ey. Geh' mal gucke. Geh' weg, Ben. Granate, Ben, geh' weg. Woah. Curry, alles gut. Was ist denn super, Patrick? Wo war das? Oh, ich hab mir eine Granate in den Keller geworfen und geguckt, was da so läuft. Na, kein Teamwechsel. Hä? Ja, es geht weiter, Patrick. Komm. Ach, krass. Äh, warte mal. Warte mal, unten ist ein Loch. Vorsicht. Aber du hast den nicht mit der Granate getötet, Patrick, ne? Nee, nee. Der war aber, der lag auf dem Boden. Hm. Ich will ja aufsprengen links oder so. Hier. So. Ne, Ben, du kannst vorbeigehen. Die Wand ist doch gesaved. Ja, genau, genau. Wir wurden entdeckt. Wir wurden entdeckt. Mach auf hier, Patrick, Alter. Vom Reichsführer. Ja, ich hab die Kamera kaputtgegeben. Boah. Boah, aufpassen. Nein. Boah, Ben, der hat's aber gespugelt. Warte, ich hab ein fettes Visier. Was fett. Warte. Der Tobi. Wo ist der eigentlich unterwegs? Mal seine Sicht angucken. Drei noch. Mach mal ein bisschen Action hinten, Tobi, ey. Das siehst du von mir. Warte, Ben, vorsichtig. Der Tobi packt erstmal den Laptop da wieder aus. Hast du also? Einen Space-Off nehmen. Warte, ich geh mal kurz mit der Drohne rein, ey. Ey, du hast fast down. Patrick. Ach, doch nicht du. Hier links ist direkt die Geisel, vorsichtig. Und hier ist direkt in vorn Ecke. Ich wollt mal gucken, was der Tobi hinten macht. Was heißt, durch die Wand oder was? Wenn du da gehst, durch die Wand, direkt links in die Ecke. Ja, ja, ja. Hier, da ist einer. Ja, 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 okay. Patrick, spreng mal die Wand. Ja, genau, genau. Spreng. Nein, 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 nein. Nein. Tobi, aua. Tobi, zieh mir die Kugel wieder raus. Warte, warte. Tobi. Lass den Kuri, ey. Ne, ne. Genau. Belehr mal wieder da. Ich muss mich hinsetzen. Ja, ist auch egal. Warte, warte. Warte, warte. Boah, Alter, warte. Der ist da geradeaus, ne? Der ist da geradeaus. Genau geradeaus, vorsichtig. Ich seh nicht, ich seh nicht. Komm, Tobi. Pass auf, pass auf. Tobi, komm zu mir. Was? Patrick, geh safen. Nice, Patrick. Super. Hoi, Patrick. Oh, der ist okay so. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ruhig, ruhig, ruhig. Hey, komm. Hey, Patrick. Patrick. Hast du ihn? Nein. Nein, das war zu viel. Der kann nicht mehr piep. Doch, der hat noch die Hälfte. Der hat noch die Hälfte. Aufpassen, ne? Wir bleiben noch 10 Sekunden. Wir müssen jetzt. Ich kack mich voll, Mann. Nein, der hat mich. Nein, komm. Ey, wie können wir das verlieren? Das ist peinlich, Alter. Kennst du, dass er die Nase juckt, ey? Wir haben einfach Schlange gebraucht, weißt du? Er hätte schon eher irgendwie reingehen müssen oder sowas. Ja, das Problem war, das war rechts auch einer, ne? War das nicht gesagt, Tobi. Aber die Idee war gut. Ich hab da Stress gemacht, dann bin ich von hinten rein. Wolltest du den hier? Nein. Aber ich pack jetzt die Flinte aus, oder? Ich weiß doch. Bei Plains with Zombies, wo ich gegenüber vorm Tobi saß, das Geräusche gemacht habe, wenn er mich im ersten Moment angeguckt hat. Und dann, wo kommt das denn jetzt her? Ey, ohne Witz, ne? Du müsstest immer ein Best of Rainbow Six machen. Ja. Gibt so ne lustige Szenen. Allein von Tobi und mir, ey. Kann doch der Bonzo zusammenschnibbeln da. Der hat doch das Haus supergut gemacht, ey. Das stimmt. Oh, ey. Hat der Bonzo DayZ Special gemacht. Hab ich auch mitgewirkt. Könnt ihr euch mal angucken. Hab ich den Donaldi... Natürlich kann man sich das nur dann angucken, weißt? Da hab ich den Donaldi auf der Toilette eingeschlossen. Das war geil, ey. Jo, können wir machen. Tobi, sollen wir mal hier wieder... Ey, Curry, Alter. Du bist ne richtige Hetze geworden, ne? Bist du keine. Ey, komm! Sei du mal leiser, Alter! Kleiner Nazi, Alter! Du bist richtiger Wähler von... AfD aus Holland. Ey, du bist so behindert. Holland Day, oder das? Hä? Holland Day... Holland Day-Soße. Holland Day-Soße. Ne, der Ben ist manchmal, ey, Frontalausfall. Ben wäre das dann eher so die NRD, oder? Ey, was ist das denn hier für ne Dusche? Ey, Leute, wisst ihr, woran ihr den Ben immer erinnern könnt? Ben, weißt du noch, wo wir mit dem Flugzeug von Berlin zurückgeflogen sind, ne? Den Tellermann, weißt du noch? Boah, der Tellermann, ey. Kannst du dich noch an den Tellermann erinnern? Das war so ekel, ey. Da war so ein Typ, so ein Geschäftsmann und der hatte richtige Teller unter den Armen, also richtige Schweißflecken. Der hat die ganze Zeit Koffer oben reingemacht. Okay, wir gewinnen jetzt, Alter. Der Flieger hat so gestunken, ne? Boah. Ich mein, frischer Schweiß ist ja noch so okay, weißt du, aber was ist das denn? Danke, ey. Aber ganz schlimm. Ist alter Schweiß. Wir gewinnen jetzt, hey, hey. Alter, Schweiß aus dem... Oh nein! Oh Leute, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Du bist doch ein Holzkopf. Jetzt mal ohne Witz, was ist denn hier los? Wie doch? Hä? 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 Was ist das denn? Hä, was hat denn dein Gehirn gerade gemacht? Was war das? Ey, das war... Der hat so kurz geblinzt und hat so gezuckt, weißt du, und hat dann so geschossen, ey. Ey, das war mal so ein Reflex, so... Das war der schlimmste Kick, der jemals stattgefunden ist. Die Runde kannst du jetzt schon vergessen, wir sind verloren. Wir kämpfen uns zurück, ich wollte das was spannender machen. Ja, auf jeden Fall, Patrick. Aber ich fand das so geil, der Patrick zielt aus dem Fenster, auf einmal... Ja, auf einmal so... Ja, das war irgendwas passiert. Wie so'n Stromschock. Ist der Iggy einmal an der Wand gekrabbelt, oder? Hä, wo ist denn der Bender, Alter? Der sitzt in seinem Bungalow, Alter. In seinem Iglo, jetzt ist grad noch nebenbei auf dem Pott, aber... Das werd ich auch nie wieder los. Am Pullian ziehen, mir ist kalt. Ne, wir vergessen das jetzt und spielen weiter. Die B-Granate haben wir grad noch verarbeitet, jetzt sind wir... Oh Mann ey, geil. Was, 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 was sitzt denn auf die Geisel da so rum? Aber Junge, es war... Du hast doch ne halbe Stunde auf die drauf geguckt. Es war weit und breit keine Gefahr in der Nähe. Was ist denn passiert? Ja, aber ihr müsst euch mal merken, wo die Geisel ist. Ich weiß doch, wo die Geisel ist. Ja, was hast du gemacht? Oben, 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 oben. Das war ein seltsamer Reflex, keine Ahnung. Ja, toll, ich bin wieder weggesprengt hier. Ja, 2 zu 0 ey. 2 zu 0 ey. Ey! Vielleicht sollten wir ne Gruppe gründen, Patrick. Das freut mich. Aber die sind da, wo wir auch grad waren. Was ist denn mit dem Band los? So ein Elch, Alter. Kommt der Elch. Wir lachen uns jetzt erstmal die Frikantel da hoch. Alter! Die sind da, wo wir auch waren. Weißt du, da wo Dennis gerade die Geisel ist. Ich kann hier. Okay. Habt ihr gehört? Tobi, sag mal ruhig jetzt. Hast du gehört? Hast du gehört? Was denn, Mann? Geiselkiller. Wie ist damals, Dennis gerade die Geisel getötet hat in der Runde davor? Mal auf da, Dennis. Okay, mach auf. Ich bin dann gar nicht. Mal auf die Briefkasten, Emma. Patrick, spring auf das Ding. Ja, aber sowas von hier. Guck mal hier. Okay, dann mach ich das jetzt hier. Okay, jetzt geht's los. Oh, scheiße. Hallo. Tobi, kommst du mal zu mir? Was willst du, willst du mich umbringen oder? EMP? Ich hab keine. Warst du das? Warst du das, Ben? Ja. Da ist einer, ja. Sauber. Oh, ich hab die Geisel erfasst. Nein! Alter, ist das nicht... Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, Alter. Und wieder, Alter. Ja, jetzt müssen wir... Wir müssen hier rein. Ja, go Curry. Okay. Sorry, Leute. Ey, das ist zu spät für mich einfach. Wir müssen jetzt hier rein, go! Jo, rein da, Alter! Hat der gewackt geriecht? Patrick hat die Geisel gezeigt! Ja, Mann, ich hab die Geisel noch geplattet! Ey. Ganz ehrlich, Patrick. Du bist doch bescheuert, Alter, ganz ehrlich. Tobi hat keine EP. Ich hab den Tobi weggefetzt. Ganz ehrlich, Patrick. Zwei miteinander die Geisel zu töten. Ich hab... Oh, ja. Sie ist verblutet. Obwohl man da vorher am... Obwohl man da vorher am Depardierten... Ach, komm. Ist klar. Ich kann nicht mehr reden. Ich hab Curry so tot. Tobi fällt einfach so ganz langsam um. Hauptsache, ich hab noch drei Leute gekillt. Ey, ich hätte ihn auch töten können. Da ist die Geisel gestorben. Ich hätte ihn auch töten können. Er hat vorher auf die Geisel geschossen. Nein, hab ich gar nicht. Ich hab eine Granate geworfen. Alter, was ist das? Was stellen sich denn die Geisel so an wegen der Granate? Wie kannst du denn eine Granate da reinwerfen, Alter? Das wissen wir doch seit der Fünf-Folge, Mann. Kann echt total ausfallen da oben drauf. Jetzt sind diese scheiße Westen. Diese kacken Drecksgeisel. Sollen wir die Geisel nicht einfach jetzt schon töten? Lassen wir uns an Leid ersparen. Lassen wir den Patrick töten. Der ist gefährlich. Ja, das ist echt so. Lass ihn mal umschießen. Komm. Nein, nein, ich mach ihn nicht machen. Okay. Hey, Leute. Dobi. Hey, wir können das aber noch gewinnen. Leute, komm. Wir können das wirklich immer noch gewinnen. Das ist jetzt scheiße hier. Das meine ich eigentlich gar nicht so. Da. Was? Gegen 12 Uhr geht's aber ab, ey. Komm mal weg da, Alter. Komm mal weg. Ja, was macht ihr denn? Wie er da reinfüllte sein Reichsmikro ein. Und der Bände im Mittagessen. Verteilt euch doch mal. Leute, wenn wir denn euch verlieren, ja? Also jeder Mensch. Ich tanze an der Stange. Jeder Mensch sagt normal und der Bände immer. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Da fällt ja nur die Drogen. Boah, iiii, Alter. Da kommen die Schießmacher wieder hoch, Alter. Ich hab auch gedacht, dass die letzte Runde mal voll verkackt ist. Ja, komm jetzt, ey, hey. Diesmal nicht. Wow. Leute. Alter, wer war das denn jetzt? Leute, komm hier, komm hier raus. Wer war das? Ich bin, äh, da wird schon durchgesprägt. Äh, äh. Boah, ich bin geblendet. Ohoho. Ich kann nix mehr machen. Ey, ey, pscht. Ey, wir sind noch drin. Ich seh nix. Nein, hey, komm. Ich seh echt nix. Was hat denn da? Kamera. Ah! Ah! Was war das denn? Ich wurde getötet. Mann, 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 Mann. Was, jetzt holen wir mal die Pisser? Hä? Boah, ich muss das jetzt alles wiederholen, ne? Wie lustig ist, ey? Schieß mal auf die Geisel, Patrick. Tod. Guck in eine Richtung, wäre das nicht so gut. Von hinten kommt nämlich einer. Boah, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, geile da. Da bin's. Ey, wir müssen noch ne Runde. Tobi, Leute. 14 Minuten. 14 Minuten. Ja, aber wenn der Dennis die Geisel zweimal hintereinander tötet. Guck mal. Alter. Alter, wir haben 14 Minuten gebraucht, damit wir verlieren. Ja, okay. Zwei Runden davon waren ja geschenkt. Ja, gut, Patrick war gekauft vom anderen Team. Wir müssen mal gegen die Revanche machen. Warum ist denn schlecht? Ja, komm, wir haben mal ne Revanche. Ich hab gar keine Punkte. Re-vanche. So. Da wollen sie nicht, ey. Doch, jetzt kommt einmal noch. Ja! Ja! Ey, ich stell mir mal vor, wenn der Curry, wenn die so eine YouTube-Karriere nicht mehr so funktioniert, der Curry auf dem Grafen arbeitet und die Triebwerke vom Flugzeug damit dann der Zug ist, wo man macht und der Iggy um die Team-Bank so durchkrabbelt mit nem Schwamm in der Hand. Hä? Warte, ey, komm. Wir können jetzt noch mal alles retten. Revanche. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wir können ja nichts verkaufen. Jetzt, mach jetzt ehrlich. Ihr müsst eure Revanche herstellen. Und Lasagne. Hey, wir müssen die Konzentration wieder herstellen jetzt. Komm, wir schmeißen Dennis raus. Der kann sich nicht konzentrieren. Hey! 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 Komm, bitte. Komm, Ben, hau mal raus, Alter. Ich bitte einmal jetzt. Was hat er denn gesagt? Ja, hau mal raus, Alter. Ja, hau mal raus, Alter. Ja, hau mal raus, Alter. Komm, Ben, hau mal raus, Alter. Ey, was macht ihr denn da mit seinem Mund? Nein, Iggy ist ja mein Bro, Alter. Ja, okay. Ey. Okay. Ey. Ey. Ey, Dennis. Manche Sachen sind schon lustig. Ja? Ja, wie war das? Ich weiß nicht, die Tellernippelarme da, Alter. Die Teller, ey. Was für Tellernippel? Der Tellermann im Flugzeug. Geilste war die Alte neben unserem Flugzeug, die hat sich ein Schal vor die Nase gehalten, was so gestunken hat, Alter. Das war so richtig, Alter. Sie stirbt einfach an der Vergasung, Alter. Ja, ist so, Alter. Ja, weil ich erschossen wurde. Hä, ich wurde doch erschossen. Ach, du wurdest erschossen. Hä, was war das denn? Na, wo ist der Kerl? Der Keller ist nicht mehr da. Hä? Hä? Und Curry will uns linken, so wie bei TTT. Hä, der Keller ist nicht. Wo ist denn der? Ja, ich bin Traitor. Links ist doch Tobi. Ach, da geht's runter. Ja, okay. Ja, ey. Boah, wie dumm, Tobi. Ey, das kann doch nicht. Was ist das? Das ist eine Bombe suchen. Ah, Paddy, guck mal, hier kannst du niemanden wegschwimmen. Ja, aber die Bombe. Leute, hey, komm. Rüssiger Fail seit heute wieder. Ey, geh ruhig mal ruhig. Was? Ja, jetzt konzentriert dich mal bitte, ey. Echt, ey. Ja, ist echt so. Ist echt lustig so, aber ab und zu. Ja, stimmt. Du hast recht, Ben, weißt du? Ja, danke mal. Wann ist das lustig eben? Ja, klar. Hey, psch, hey. Guck mal, das sieht aus wie Scheiße hier, Alter. Das ist doch Kevin in Ruhe. Du aufeinander gestapelte Kacke einfach. Kevin, du hast gar kein Schild dabei. Ja, aber wenn er dann mit seinem Schild, ey. Ne, hab ich auch nicht. Die Typen da, ne? Pass auf, ich spreng dich. Die hier? Ja. Hobi, was ist los? Warte. Okay, Konzentration. Kontenance. Müssen wir hin. Oh, der hat's kaputt gemacht. Bevor die sind unter uns und hören das. Hä? Der hat's kaputt gemacht. Der hat dagegen geschossen, Patrick. Der hat das kaputt gemacht. Boah. Scheiße. Was war das denn, Mann? Was war das denn, Mann? Patrick, du hast dir den Schärfer fallen lassen. Was war das denn, Mann? Alter. Das hat der extra gemacht. Der fällt da runter wie so eine Flutschmuss. Der fällt da runter wie so eine Flutschmuss. Ey, Leute, komm, wir können noch kurz... Ja, Tobi! Danke, Tobi. Spring die Wand, Patrick. Kann ich nicht springen, Mann. Ja, Mann. Nice, Patrick, jetzt ist es soweit. Reiner, reiner, reiner. Geht's los, Mann. Jetzt... Jetzt springen wir... Jetzt... Alter, wer hat denn hier so eine Flasch geworfen, Alter? Hö? Patrick, rechts oben, Kamera. Ich bin fertig, Alter. Ja, Tobi! Was ist da los, Alter? Alter! Mach den da, Alter! Ja! Boah! Tobi! T... Tobi! 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 Was ist das denn da los, Leute? Was hat die gemacht, Tobi? 5-0, Alter! Was war das denn, Mann? Hahahaha! 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 Der rennt einfach in den Raum und springt. Der springt 360 durch den Raum. Hahahaha! Hahahaha! Aber das geilste von allem war einfach... Ben's ein Tod, Alter! Junge, der steht nicht... Ja, ey, das war alles gewollt! Der steht da auf dem Ding, weißt du? Macht da die Bombe da dran. Und ich denk mir so, ach, schieß dir mal, weil der geht ja... Der dauert ja sowieso ein bisschen. Hahahaha! Du warst das! Der überlebt aber noch! Der überlebt aber noch! Von wie geil, dass das ausgesehen hat, wenn du unten drückst, weißt du? Oh Gott! Ich dachte, die haben von unten das extra gemacht, voll gut gemacht! Tobi und Abi das ganze Team, Alter! Ne, ich war das Ben, ey, war lustig! Hat schon mal jemand ein ganzes Team geholt? Habe ich auch mal beim Tobi... Ja, ich hab's auch mal geschafft, ne? Das muss ich unbedingt bei Tobi angucken, Alter! Okay, hier! Aber Tobi... Weißt du, warum der Dennis das geschafft hat, ey? Tobi kriegt ein Autogramm? Weil die alles... Alle auf Dennis fixiert waren, ey! Hahahaha! Sexuell! Hä? Hahahaha! 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 Ich hab 10 Leben! Stell dir 13 ´ daddy hell mmmhhh! Du musst ne Curry in den Fuß schießen... Ne, ich hab noch 85 Tobi... Ey, hier sind jEMA 2 Westen, die Assis! Ey, das ist noch ne Kamera! Aua! Und Tobi, ey! Ok, ich save die... Ich save die beise! Du meinst! Ich stell mal vor, wenn der Tobi lacht, für hat dieser ein paar Kane.... Leute, ey 느낌이醃! Selü Presidential Dunkler! Jetzt konzentrieren! Konzentrieren! Ist doch Westen, ja? Warte, Konstantation, das ist einfach. Konstantation, komm doch noch mal auf. Beste Aussage von Tobi, oder? Ohne Witz. Hey, Bestein. Wenn ich lache, seh ich nix mehr. Hey, komm doch mal die Fresse, Alter. Ja, ich hör doch nix. Ja, mach die Ohren zu. Warte, wer ist grad hier, ne? Immer die Fresse, Alter. Komm mal raus da, Ben hier. Was machst du denn da, Alter? Darum ist mein Smoke, Alter, pass auf. Okay, komm hier. Yo, Tobi, geht schon hin. Hey, was? Meine Runde, Alter. Ja, nice. Ja, komm her. Ja, komm her. Oh, scheiße. Oh, danke. Oh, nein. Krieg echt zu viel heute. Das war so geil, der Ben macht da die Tür dran und wird abgeknallt. Nice, Curry. Pass auf, ist ein Sniper, ne? Ich wurde entdeckt. Yo, Kamera. Ja, gute Nacht. Oh mein Gott. Yo, Kamera, äh, Koffer ist hier oben. Bei der Treppe, bei mir. Okay. Wir haben beide Fuse verballert. Ah! Alter. Boah, ich hab vergessen... Nein, das... Hä, wo ist denn da jemand gewesen? Auf der Treppe oben, Curry. Ne, der... Ach, gegenüber ist noch ein Sniper gewesen. Ja. Ist doch unten alles gut, ne? Ach, scheiße. Wie sagt er das nicht? Warte, irgendwo da ist der Sniper. Ihr müsst den eigentlich runterlaufen. Oh, da! Ja! Du hast ihn einmal getetet, glaube ich. Ich glaube, der liegt. Ne. Da steht er so. Mit 70 verletzt steht er dann Curry. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. Ja, stimmt. Geh weg, geh weg, Patrick, geh weg. Ja, ja. Lass sie kommen. Lass sie einfach kommen. Oh Mann, ey. Das war funny. Kann wohl mal trinken. Kommt, Leute. Ruhig, Leute, ruhig. Ja, bei B haben sie es. Ihr müsst jetzt. Wo ist B? Wo ist B? Ja, wo der Punkt B ist. Patek, weiter rüber. Ruhig, ruhig, ruhig. Junge, der sitzt ja da. Ihr lauft den in die Arme. Hast schon. Ja, rechts, ne? Ah. Oh. Hinterm Regal. Holen dir. Links. Ja, und jetzt rechts. Ah! Nein! Ich hab dich gemischt. Ich hab dich gemischt. Ich hab dich gemischt. Ich hab dich gemischt. Ich war leer. Du bist nicht leer. Ich hab vergessen, nachzudenken. Einmal. Oh Mann, ey. Ja, das hätten wir nicht kriegen müssen, ne? Oh, fuck. Kommt jetzt. Spannung, Leute. Spannung immer. Kommt schon jetzt. Eins, eins. Gibt's doch noch. Oh, das läuft doch. Oh Mann, ey. Ich bin echt... Botti? Ein lustiger Mensch. Ja. Total. Lach auch immer über dich. Das ist nett, Patrick, dass du das hast. Äh, mit dir mein ich. Lach über deinen Gehaltscheck jeden Monat. Welchen Gehaltscheck? Eben. So'n Zettel so. Mit so'ner Zahl drauf. Eine Eins. Eine Zwei. Das wär lustig, ne? Das ist jeden Monat so random. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Oh Gottchen. Drillen. Machen wir jetzt. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Der lügt. Wir müssen zwei Bomben aufspüren. Äh, warte mal. Hä? Wo ist denn? Die sind wieder im Keller. Machen die wieder im Keller? Wo ist der Keller drauf? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Mein Arm lügt, ey. Botti. Du trittst mich nicht. Du trittst mich nicht. Ich hab die andere Bombe auch noch. Ja. Dies ist der Curry. Hier, dich markier ich noch. Hallo, tschüss. Curry, wann bist du eigentlich FC Bayern-Fan geworden? Gab's da einen entscheidenden Moment in deinem Leben? Ich kam raus mit einer Bayern-Flagge. Ja. Achso, waren die damals schon erfolgreich? Ja, ja. 10 Sekunden. Hm. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Okay. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Wir wissen, wo es hier lang geht. Okay, los geht's, Ladys. Nein. Boah. Okay. Dicht gezogen, ja. Alter Vater, ey. Ich will durch die Baustelle. Komm durch die Baustelle. Durch die Bauchstelle. Wer ist denn bei mir? Der Bronzy? Okay. Ich will mit dem Paddy wohl machen. Ja. Alpate will jetzt, ey. Ich lade mein Magazin. Der Bildmann. Wir beide, wir machen das. Okay, Bronzy. Ja, super. Bin am Start, ey. Ab durch die Baustelle. Er kann schon kleine Türen öffnen, wenn er auch große Türen öffnen kann. Na. Hä? 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 Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Halt die Klappe. Hier rein geht's jetzt, komm. Da oben sitzt einer. Jetzt zu, Curry, ne? Ja. Wie aber nicht. Links, Patrick. Links in dem Raum. Und zwar ganz links. Da. Hier mal rein, weiter, weil ich mach mal Fuse, ok? Nein! Nein! Hä? Krass, der hat uns beide gleichzeitig geholt. Und dann sprenge ich direkt, ja? Ja, jetzt. Der hat sich die Granate noch zerfetzen müssen. Ich sprenge eine Ladung! Scheiße, das Ding. Ah, das Fuse hat dann mein Ding kaputt gemacht. Der hat uns beide gleichzeitig geholt, Patrick. Ja, das war ziemlich dumm von mir. Der Tobi wird geführt. Okay, ich sprenge jetzt Tobi. Äh, jetzt, 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 jetzt. Boah, ich hab so gut angefangen. Ja, und jetzt sowas. Ah, sieht man, das ist nur glückbar vorhin. Ach, mach dir nichts raus. Am wenigstens hab ich keine Geise getötet. Ja. Zweimal. 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 Ohohoho. Leute, wir werden jetzt bestimmt verzeihen. Richtig, ruhig, ruhig jetzt, Leute, ruhig. Das, was da gerade in dem Raum schwebt, ist beim Curry und beim Ben immer im WG-Zimmer gewesen. Und ihr hattet noch nicht mein WG-Zimmer. Cheese Curry? Ne, ne, das ist keiner. Doch, oder? Ne. Alter. Ne, stimmt. Ah, shit, Alter. Der kam schießend um die Ecke. Nice, Alter. Hat der gut gemacht, muss man schon sagen. Nice, Patrick. Äh, Ben. Oh, Mann, Alter. Wenn du alle holst, kriegst du 1000 Euro von mir. Okay. Okay. Der läuft vorbei und lacht. Der links draußen, ne? Hä, was? Voll besoffen. Ja, das ist lustig. Wobei geslidet ist, ey. Hä? Was ist das denn? Ey, guck mal, wir verlieren das jetzt wieder, weißt du? Das ist wieder traurig, ey. Das ist echt traurig. Ja, komm, Leute, konzentriert euch. Da will ich's nicht, ey. Ne. Ey, der Rambo hat echt alles gezeigt gerade. Eine Runde, weißt du? Komm, machen wir Enthaltung. Wo gehen wir hin? Ach, Mann. Kinderschlafsäle. Oh. Da können wir denn Dustin reinschicken. Wollte ich halt dir nicht sagen. Was war das denn, Alter? Der war gut gehört, ne? Ah, 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 ah. Hey, komm, lass uns jetzt die Kinder... Aber, Ben. Ben. Ja? Was hat Dustin noch mal gesagt, da? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ihhh. Okay, ey, ey, ey. Komm. Westen. Das ist... Das ist... Meistens vom Vorteil, ja. Warte mal, da hat der Fulk gesagt, da. Ja, hab ich gesagt, da. Okay, irgen... Lagebericht, äh. Hä? Lagebericht, äh. Okay, ich bin... Ich bleib bei B. Richtige Walter Junior. Marikade in Position. Dad. 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 dann hat der immer irgendwie Cornfleisch gegessen, oder so, ne? Preck date. Oh, nee, da war ja der Ben. Ja, der auch, ey. Preck fast. Ich hab noch ne Kamera. Ja, Tobi, hey. Der hat schon... Jaj, hey. Der hat schon ein paar Parallelen zum Ben, oder Tobi? Findest du? Finde ich ja auch cool, ey. Das war ein cooler Mann, ey. Komm laufen her vor allem. Oh ist das ne Scheiße, hier. Oh, da ist ne Luke. Okay, Tobi. Wirs beide. Kariburschtel. Wir... Er hat jemand die Wand hier? Voll n'gang. Hier, Dennis hier kannst du noch was nimmst. Oh, da kommt gleich mal einer. Links am Fenster, Dennis was ist wenn ich hier rumhüpfe? Bei dir am Fenster wird der jetzt auch einen schlagen, denk ich mal. Soll ich den tun, Patrick? Ne, ist schon gut. Ah, der hat sich da runter geseilt, scheiße. Der geht nach oben, der seilt sich nach oben. Hast du ihn, Patrick? Nö. Alles klar. Ja, genau das. Boah, der kann nicht mehr viel haben. Kann sein, dass der sich von oben runter seilt. Hab ihn. Hab ihn nicht. Aber der ist fast tot. Okay, nice. Ja, ist klar. Du hast das rechte Fenster. Oh, was? Rechts beim Fenster. Klar, das ganze Haus hat er niedergerissen. Sass auf, Tobi. Kamera, Kamera. Nein, das ist doch scheiße. Nein, das ist doch scheiße. Aber der hat einen von sich auch gekickt. Okay, Klappe. TfW beide, Mann. Ja gut, ich kann dein Fenster nicht safen, Alter. Wo die Drohne. Okay, wir sind jetzt gleich tot, weil die genau wissen wo wir sind. Das war nicht gut. Wenn es bringt. Gut, dass ich da ne Falle in die Stelle habe. Und rechts hinter dir. Da seilt sich auch immer drunter. Oh. Oh. Links. Ja, da ist er. Yo. Egal. Ah. Ah. So ist das halt, ne? Aber. Weißt du was? Das ist alles nur geplant gewesen, weil wir nämlich jetzt die Runde komplett drehen. Natürlich. Und jetzt konzentrieren wir uns. Ja, natürlich, Danny. Ja, das finde ich aber auch. Oh. Yes. Der Ben holt jetzt alle in der Runde. Lass mal jetzt richtig hier. Aber komm, lass jetzt mal so ne Masterpiece Runde machen. Ja, ist echt so. Aller Kraft, die wir haben. Masterpiece. Einen begeisterten haben wir schon mal. Der Ben, der flippt voll aus. Ronzel Operator. Ja. Ah, so. Hast du gerade gesagt Behinderte, oder was? Ich dachte schon, der will keinen auswählen. So. Ey. So, jetzt komm. Nein. Go. Hey. Okay, sollten wir das hier gewinnen, gebe ich euch allen Döner aus. Nice. Habe ich schon mal gehört. Ja. Das ist ein süßes Kapitel, äh. Der ist jetzt auch oben. Bezahlt. Wo seid ihr, Mann? Hier seid ihr. Warum war ich denn hier hinterher? Hella ist leer. Keine Ahnung. Hella. 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 Oben. Oben. He. He. Hella. Wo bin ich denn jetzt, oder? Hä? What the fuck? Der Ben sitzt immer sehr oft auf einem erhobenen Finger drauf. Boah. So, jetzt. Wir haben das Ziel. Wir wissen, wo wir hin müssen. Go. Jetzt sind wir gleich tot, weil die uns da draußen abknallen. Lass mal den Curry anfassen. Nee, will ich nicht. Machen wir mal Action hier. Action in der Bude machen wir jetzt. Ja, aber jetzt gewinnen wir mal, Leute. Komm. Ich habe Angst, dass die wieder durchs Fenster da oben schießen, Mann. Keine Angst. Da dippen wir die Angst auf jeden Fall bei uns. Heißt du? Einer. He. 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 Kann dir jemand sprengen, oder was? Natürlich, Tobi. Springen, ey. Wenn jemand sprengen kann. Bring alles weg. Bring mal weg da. Boah, ich hab die ganze Wand weggesprengt, ey. Fuck, ich muss hier weg. Siehst du irgendwas? Bisch jetzt noch nicht. What the fuck? Ich flash mal. Ich werfe mal eine Granate rein. Ah, ich hab gar keine. Ach, ne. Granate. Ey, seid ihr da, oder was? Hoffentlich keine Geisel. Kommt mal hier rein, Curry. Oh, da war eine Matte drin. So, ich guck mal. Haben die jetzt auch das Kinderzimmer, oder was? Ja. Ah, nice. Wow, Alter. Was ist auf der Lichter direkt? Er trifft mich mit seiner Schmuckkel nach vorne, Mann. Ah, super. Nice, nur. Der ist down. Wie sieht's aus? Geradeaus durch. Ganz geradeaus durch war einer. Der schießt auf mich, ja. Aber so ein paar drin glaub ich nie mehr. Ja, klar, Alter, Mann. Kann er durch die Wand schießen, oder was? Ja, das ist genau dem, den ich meinte gerade. Nein! 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 Boah, fuck ey. Alter! Hat er sich da im Raum versteckt. Ja, Curry. Boah, verbleibt. Boah, verbleibt. Der kommt von hinten, pass auf. Ja, toll, das war's dann wohl, ne? Mach's gut! Gut! Ich glaub der ist rechts da am Fenster gewesen. Mhm. Ja. Der ist am Fenster, rechts. Nice. Oh, deine Waffe hat zu krass Rückstoß. Mhm. Ja, Fenster, Curry. Nice. Alter. Was war das denn? On Point war das, Alter. Boah, was? Als ob, Alter. Eine Hammerfolge, Freunde. Und weil es so schön ist, nehmen wir noch einen Schinken drauf. Es ist keine. X, 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 X. Ja, auf jeden Fall. Wir legen noch einen Schinken drauf jetzt. Teilzeit machen wir. Mach's gut, Freunde. Wir legen jetzt noch einen Schinken drauf. Oh, Mann, ey. Das ist doch scheiße. Hä, Alter ist raus. Ponce ist schon weg. Was? Ponce ist einfach gegangen. Hallo? Der ist einfach abgehauen, Alter. Ist er vom PS runter? Nein, ich glaube. Hä? Hä? Er ist fertig. Geht einfach raus. Ja. Das ist der knallerte Abgang der Schildfotzen, ne? Toll. Das war's. Ja, Schildfotzen aufgelöst. Tschüss. Wir suchen ab jetzt neue Member. Haltet die Fresse. Schildfotzen auf. Sie sind aus demなく, Menschen in der Schildfotzen. Dann gibts dich und schildfotzen auf. Dornen auf. Dornen auf. Dornen auf. Vielen Dank.